Ich so! So, und wer gewinnt heute Abend? Ja, FC Bayern, ganz klar. Da waren wir überhaupt nicht drin. Seh ich ähnlich. 7 zu 1 für Dortmund, meine Freunde. Ja, also, mein Name ist Louis van Gaal. Ich weiß nicht. Ich glaube, Dortmund macht das Rennen heute. Die Vergangenheit hat gezeigt. Dortmund hat die letzten vier Spiele gewonnen. Ja gut, es ist 50-50, Fußball unberechenbar, weißt du selber. Aber ich glaube, wir machen hier Bup, 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 dann klingelt's. Dann war's das. Und dann legen wir einen Osterheil rein und zack, neuer Pokal. Ja, das war's. Bayern gegen Dortmund? Was soll ich sagen? Schwere Sache. Ich würde sagen, Bayern überragend in der Champions League. Und mit der Vorbereitung für's Endspiel, da wird's mit Sicherheit ein 2-0 geben für die Bayern. Ja, die sind so gut drauf. Der Gomez, zwei Buden, eiskalt, gar kein Thema. Ja, vielleicht noch der Weidenfeller einen kleinen Fehler, aber sonst 2-0 Bayern. Ja, 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 ja! Buzzi, leka! Ho live, fecker, fecker, fozze, leka! Chriera, batz, fecker, fecker, fozze, leka,... Mäli, ja, 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 ja! Die Karte, die Karte, die Karte!